Und hier wieder zurück? Ja, so eine Lade. Was ist denn? Martin, wir sind einkaufen. Einkaufen? Haben wir noch so gemacht? Wer ist richtig? Ah, das ist gut. Einkaufen. Dann kommen Sie wieder her. Ach so. Dann bleiben wir hier. Die kommen wieder her. Die wollen zum Edeka-Markt einkaufen. Sicher? Ja. Ja. Aber ich mache es. Ich mache es.